So, auf dem Weg nach München, einen wunderschönen Morgen, in den kleinen Tanken, voller Tanken, 50 Euro, das ist bei den Sportwagen ist das so, was für ein Auto wir haben, das zeige ich euch zum späteren Zeitpunkt, auf jeden Fall ist es eine Rennkiste, wo nicht viel Benzin reingeht, das war's. Kannst du bitte mal einen Kaffee geben? Da ist ja mal diese Prominenten, die braucht ja mal, du kennst ja, ohne den geht nichts hier. Das gehört dazu. Der erste Rast nach 400 Kilometern. Laber damit! Ich habe es diesmal weitergeschafft wie Altarburg. Wir sind auf dem Weg nach München, nach, wie heißt das nochmal, Ulm? Ulm. Ehringen, Düsseldorf, Köln, also die ganzen Strecken fahren wir halt ab. Wir fahren dahin, zum größten Möbelhaus Europas. In Hofer, kurz nochmal Kieren unten. Christian, kannst du einschreiben hier? Hier, ne? Hier, oder hier, oder da? Ja, dann bitte. Überall. Ich komme schon auf das Team von Dekofuchs, die ja auf uns warten. Ja, das ist der Plan. Das ist so ein Name der scheiß Kameramann. Ey. Da war ein paar Moves. Da war ein paar Moves. 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 Keine, keine Moves. Ha. 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 Warum sagst du, es kann nicht gleich werden? Ich dachte wir haben jetzt einen Deal mit Red Bull Ausgaben. Aber muss man sagen, sonst freuen die Leute Auge. Ja stimmt. Alle gucken, beobachten uns wieder, wie wir filmen. Ja, das war's. Das ist die Kerle, hörst du? Ja. Dreimal Zucker, das sind ja immer nur so kleine Tüten. Und dreimal Milch. Danke. Tschüss, danke schön. Tschüss. Hallo. Guck mal, ich schick Thomas gerade ein Bild, ne? Das Bild hier. Ja. Und er schreibt, Alter, hast ein Pferd in der Jeans fotografiert. Lost and place here, place and lost. Ich war auch mit der Kamera, muss ich auf den Kick leider. Wollte er mal zeigen, wie eine Betontreppe aussieht. Findest du nicht überall? Aus und verrosselt, leicht Patin. Ja. Ich hoffe echt die Soundqualität ist in Ordnung. Ja, das nützt das nix. Lost and place. Gibt's keinen Sound, denkst du? Hier eine Patina drauf, ne? Schöne Ross. Andere erst. Katastrophe. Echt? Katastrophe. Katastrophe. Echt? Ich muss mal wissen, wie die Frauen, Digga, die kann so die Pisse gehen, ne? Warum? Boah. Das alles stinkt nach Urin. Alles. Komplett. So reisen die Champions, mein Freund. Lost place. Champions, ja. Was tastest du denn mit? Ich mache so voller Koks, der gerne. Das hast du drin, da brauchst du nicht rausschneiden. Das bin ich. Der wunderschönen guten Morgen aus dem Ruhrpark. Staub, was sagst du dazu? Super. Wir haben noch 90 Kilometer. Glaubst du, mit dem Tempo, wie lange brauchen wir? Mit dem Tempo? Fünf Stunden. Das ist ja Schrittgeschwindigkeit hier, ey. Das ist Ligma. Fünf kmh. Zehn. Ich gucke mich so an die ganze Zeit, Digga. Provozier damit. Was? Provozierst du mich, Digga? So, pass auf. Pass auf jetzt hier. 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 Ha? So, das ist meine neiste Karre. Kleinen Car-Porn morgen. Wir sind jetzt angekommen hier in München. Beim Inhofer. Einmal kurz ein Blick, worum es morgen geht. Dahin. Und? Kurzer Blick. Hier hin. Deine Karre? Ja, Alter. Das ist... Das ist spritsparend. Das ist meine... Da sind wir hergekommen. Mit dem Hybrid. Toyota. Äh, Dings. Und damit fahren wir jetzt. Bis. Und das seht ihr morgen im Video, euer. Bis. 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 Bis.